Europas Seele ist die Toleranz. Ich wünsche euch niemals, dass du aufzuhören. Niemals abzuhören die Ideen der mutuellen Verständnis, der Zusammenarbeit und der Sinn des gemeinsamen Gutes. Ich wünsche euch wirklich meine Hoffnung, wie ich wirklich meine Hoffnung in meiner Mission Impossible als ich habe mein Traum. Ich komme hier, heute zu reden, um zwei Worte zu sprechen. Justice und Solidarität. Was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich nicht so viel als die Clash der Zivilisation, sondern eher die Clash der Demokratie und Autocracy. Wer wird unsere Leben aus der Zivilgesprache aus der Zivilgesprache und der Zivilgesprache zu verbrechen. Ich wünsche euch, dass die Zivilgesprache in der Zivilgesprache Vielen Dank.